Simon Henssler ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler auf der Position des Torhüters. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seinen Einsatz in der Weltpokalsieger-Besieger-Partie zwischen dem FC St. Karriere. Simon Henssler begann mit dem Fußballspiel in den Jugendabteilungen des SV Weingarten, SSV Ulm 1846 und VfB Stuttgart und landete zunächst beim österreichischen Erstligaklub FC Tirol Innsbruck. Wo er Ersatzmann hinter dem russischen Nationaltorwart Stanislav Chachezo war. Anfang 1998 wurde er vom Zweitligisten SV Meppen ins Emsland abgeworben. Blieb allerdings hinter Stefan Brassas beim Zweitliga-Abstieg des Klubs ohne Einsatz. Die folgenden beiden Jahre verbrachte Henssler mit Meppen in der Regionalliga Nord ohne über die Reservistenrolle hinauszukommen. Als Meppen es in der Saison 1999-2000 nicht schaffte, sich für die neue zweigleisige Regionalliga zu qualifizieren und in die Oberliga absteigen musste, wechselte Henssler ablösefrei als Ersatz für Carsten Willmann zum Zweitligisten FC St. Pauli, auch in seiner ersten Saison bei St. Pauli fand sich Henssler hinter Heinz Weber zunächst auf der Bank wieder, kam aber im April 2001 zu seinen ersten beiden Einsätzen in der Zweite Bundesliga und feierte mit St. Pauli den überraschenden Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem Abgang von Weber zur Saison 2001-02 wurde Henssler zunächst der Neuzugang Tihomir Bulat vorgezogen. Bei der Partie des 17. Spieltags gegen den 1. FC Nürnberg bekam er von Trainer Dietmar Demut seine Chance und nutzte sie. Bis zum Saisonende absolvierte er 17 Erstligepartien für die Hamburger, konnte den direkten Abstieg allerdings auch nicht verhindern. Er stand dabei unter anderem bei der denkwürdigen Partie gegen den frisch gebackenen Weltpokalsieger Bayern München am 6. Februar 2002 zwischen den Pfosten, dass die Sankt Paulianer sensationell mit 2 zu 1 für sich entschieden. Zum Beginn der Zweitligasaison 2002-03 war Henssler Stammtorhüter, wurde allerdings vor dem 7. Spieltag nach einer Reihe von Patzern und 23 gegen Toren in 6 Spielen von Trainer Joachim Filipkowski für einige Spiele aus dem Kader gestrichen und durch Bulat ersetzt. Er kehrte nicht mehr in die Stammformation zurück und wurde in der Winterpause gegen den Bielefelder Torhüter Heinz Müller getauscht. Beim Erstligisten Arminia Bielefeld verbrachte er nur die Rückrunde und blieb hinter Matthias Hein ohne Pflichtspieleinsatz. 2003-04 wechselte er ablösefrei zum 1. FC Union Berlin in die 2. Bundesliga. Dort befand er sich im Duell um den Stammplatz im Tor mit Robert Wulnikowski. Wulnikowski setzte sich dabei durch und obwohl Henssler für seine Leistung bei seinem Union-Debüt am 9. Spieltag gegen Eintracht Trier im Kicker. Sportmagazin als Mann des Tages ausgezeichnet wurde, reichte es nur zu einem weiteren Einsatz. Am Saisonende stieg Union Berlin in die Regionalliga ab und Henssler wechselte erneut, diesmal zur Regionalligest Holstein Kiel. Bei Kiel stand er in der Regionalliga Nord zumeist in der Stammformation und absolvierte für die Störche in drei Spielzeiten 58. Regionalliga-Einsätze Auch in der Oberliga-Saison 2006-07 war er Holsteins Stammkeeper. Nach dem Wiederaufstieg in die Regionalliga Nord verlor er seinen Stammplatz an Michael Frech. In der Drittliga-Saison 2009-10 blieb er die Nummer zwei, bekam aber durch Verletzungen und Trainerwechseln immer wieder seine Einsatzzeiten. Auch nach dem erneuten Abstieg in die Regionalliga Nord gehörte er weiterhin dem Kader von Holstein Kiel an und trainierte nebenbei die Torhüter des Nachwuchsleistungszentrums.